Themen dieses Films sind Klettertechniken für Fortgeschrittene. Die Froschtechnik, die Eindrehtechnik und die Spreiz- und Stütztechnik. Je mehr Klettertechniken ein Kletterer beherrscht, desto schneller und einfacher kann er eine Route meistern oder sich an immer schwierigere Passagen wagen. Ein solcher Technikkniff für Kanten- oder senkrechte Wände ist die Froschtechnik. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von drei bis zehn Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen Schulunterricht. Die Inhalte entsprechen den Mitarbeitern ins neue München. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen Schulunterricht an. Der Wälder ist die Inhalte einsamente im mayoría. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen Schulunterricht anschaulich. Vielen Dank.